Herr Riem, wo bist du denn? Im Hammam. Heute ist Hammam-Tag. Herr Nemgelium! Okay. Hast du das Bild von Arthur bekommen? Ja, hab ich. Shereem findet ihn süß. Du auch, oder? Ich finde, er sieht zur Knautsch aus. Ja, wie alle wirklich am Anfang. Das ändert sich noch. Ah, dann finde ich ihn bestimmt auf dem nächsten Foto süß.